Hand aufs Herz. Wie oft werfen Sie vertrauliche Informationen einfach so in den Papierkorb. Dabei ist die sensible Korrespondenz ein gefundenes Fressen für Datendiebe. Setzen Sie daher nun auf die Dienste dieses zuverlässigen Aktenvernichters. Der kompakte Aufsatz macht es sich auf Ihrem Mülleimer bequem und wartet geduldig auf seinen nächsten Einsatz. Einmal mit der Steckdose verbunden, springt der kleine Datenwächter im Automatikbetrieb immer dann an, wenn Sie Papier in den Zufuhrschacht einlegen. Dabei verwandelt das Gerät bis zu sechs DIN A4 Seiten auf einmal in dünne Streifen. Sollte während des Schredderns mal etwas stecken bleiben, hilft die praktische Rückziehfunktion beim Entfernen der Papierreste. Auch alte EC-Karten, Mitgliedsausweise oder Kundenkarten können Sie nach einer Tour durch den Aktenvernichter beruhigt entsorgen. Dieses Kuddelmuddel klebt keiner mehr zusammen. Also bestellen Sie jetzt und geben Sie skrupellosen Datendieben keine Chance. Denn Ihre Privatsphäre ist ein schützenswertes Gut. Untertitelung im Auftrag von Funk Wir sind einsteig total ab, enter im Auftrag von Funk weitere Kilmer sínt 해�verbươnglich. Untertitelung im Auftrag von Funk Wir sind die leshmente inkoming. Wenn ich